Macrons Ankündigungen, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen herbeizuführen, das hat ja wirklich für sehr, sehr hohe Wellen gesorgt. Und, naja, die Diskussionen sind bis jetzt auch nicht abgeebbt, ob das denn jetzt wirklich ein kluger Schritt war oder eben nicht. Ich denke, das werden wir dann sehen, wenn die Wahl vorbei sein wird. Und dann kann man auch beurteilen, inwiefern das für Macron eben gut war oder nicht. Aber wir können mal in diesem Video schauen, wie die aktuellen Umfrageergebnisse so aussehen, um mal abzuschätzen, wie diese Wahl wohl ausgehen könnte. Und ja, dazu schauen wir eben mal auf die jüngsten Umfrageergebnisse zum Zeitpunkt 16. Juni. Also wir schauen mal auf den Stand der Dinge vom Sonntag, den 16. Juni. Und bevor wir das machen werden, sage ich erstmal etwas zum Wahlsystem und zu den wichtigsten Parteienbündnissen, damit ihr da so ein bisschen Ahnung drin habt, wie das in Frankreich so eigentlich funktioniert. Also, in der Nationalversammlung gibt es 577 Abgeordnete und es gibt zufälligerweise 577 Wahlkreise. Das heißt, die Wahlkreissieger sind diejenigen, die dann in der Nationalversammlung sitzen. Und in der Regel braucht man zwei Wahldurchgänge, um die Wahlkreissieger zu ermitteln. 2022 gab es für so gut wie alle Wahlkreise tatsächlich zwei Wahlrunden. Das liegt daran, dass man die erste Wahlrunde nur dann wirklich mit einem Sitz im Parlament belohnt bekommt, wenn man die absolute Mehrheit an Stimmen erzielt und, ich meine, auch eine gewisse Wahlbeteiligung vorliegt. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann wurden nur 5 der 577 Wahlkreise in der ersten Runde 2022 entschieden. Das heißt, in der Regel gibt es dann noch eine Stichwahl, eine zweite Runde. Und Stichwahl darf man jetzt nicht so sehen, dass nur zwei Kandidaten dazugelassen sind. Im Prinzip gilt, dass alle Kandidaten, die in der ersten Wahlrunde 12,5 Prozent oder mehr erreicht haben, dann in die zweite Wahlrunde kommen. Aber in der zweiten Wahlrunde braucht man dann keine absolute Mehrheit, um gewählt zu werden, sondern da reicht die relative Mehrheit. Und wir müssen auch 2024 davon ausgehen, dass die allermeisten dieser Wahlkreise erst in der zweiten Wahlrunde entschieden sein werden. Das heißt, die erste Wahlrunde am 30. Juni dürfte noch nicht so viele Wahlkreissieger hervorbringen. Erst die zweite Runde am 7. Juli wird dann sagen, wie das Parlament wirklich dann aussehen wird, wer da wirklich alles sitzen wird und wie stark die einzelnen Bündnisse sein werden. Ja, und apropos Bündnisse, beziehungsweise auch Parteien natürlich. Es gibt jetzt im Vorfeld der Wahl ein neues Mittellinksbündnis, das sich herausgebildet hat. Die neue Volksfront, also die Nouveau Front Populaire, NFP hier abgekürzt, die besteht unter anderem aus der Kommunistischen Partei, aus La France Insoumise, aus Les Écologistes, das sind Grüne und der Sozialistischen Partei, die allerdings sozialdemokratisch ist und da kommen noch weitere Parteien hinzu. Deswegen ist hier auch ein Stern angegeben. Das heißt, die Parteien, die wir hier drunter sehen, sind Teil dieses Bündnisses, aber es gibt noch weitere Parteien und Gruppierungen, die eben diesem Bündnis beigetreten sind oder dazu zählen. Das heißt, dieses Bündnis, das sich hier herausgebildet hat, ist jetzt nicht mal ganz identisch mit dem Bündnis von 2022 mit NYPES, aber wir können trotzdem mal erst einmal die 25,66 Prozent der ersten Wahlrunde hier mal ins Verhältnis setzen mit dem, was wir jetzt für NFP gleich sehen werden. Dann gibt es hier DVG, das sind einige weitere Linke, die sich eben nicht diesem Bündnis angeschlossen haben und die bekommen dann auch oft eben Umfrageergebnisse und auch möglicherweise Sitze zugeordnet. Dann haben wir hier dieses Bündnis Ensemble, zu dem gehören auch mehr als diese drei Parteien, die wir hier sehen können. Ensemble ist das Parteienbündnis, dem Emmanuel Macron angehört und wir können ja sehen, 2022 hat es auch schon nicht für die absolute Mehrheit gereicht. Allerdings war man nicht so weit entfernt. Ja und jetzt schauen wir mal, wie es aktuell aussieht. Dazu dann also mal gleich mehr. Ja und dann haben wir noch ein Mitte-Rechts-Bündnis, ein erstes konservatives Bündnis UDC. Darunter fallen die Republikaner als wichtigste Partei. Dann haben wir mit DVG abgekürzt diverse Rechte, die eben nicht dem Rassemblement National zum Beispiel angehören und auch nicht Reconquette, die auch mit Prozentwerten versehen werden. Dann haben wir den Rassemblement National, der diesmal versuchen möchte, stärkste Kraft zu werden in Frankreich. Und dann haben wir noch Reconquette, die Partei, die noch ein bisschen weiter nach rechts eingeordnet wird. Ich sehe gerade, dass der Farbschlüssel von Reconquette hier nicht ganz stimmig ist, mit dem, was ich unten angegeben habe. Also Reconquette ist hier dieses Grau hinterlegte, das sollte ja eigentlich noch grau sein. Naja, wie dem auch sei. 2022 können wir sehen, Ensemble, die Gruppierung und das Bündnis von Macron ist stärkste Kraft geworden. Die Linke hat das zweitbeste Ergebnis erzielt und der Rassemblement kam auf Platz 3 mit 89 Sitzen. Jetzt schauen wir mal, wie die Umfrageergebnisse denn so aktuell aussehen. Und da habe ich Umfrageergebnisse zwischen dem 11. und dem 13. Juni. Und die sehen alle, wenn man auf die Stimmanteile blickt, den Rassemblement National bei der ersten Wahlrunde vorne. So etwa ein Drittel aller Stimmen dürften auf den Rassemblement National entfallen. Und damit ist man stärkste Kraft und auf Rang 2 folgt eben nicht das Bündnis von Macron, sondern da folgt dieses Mittellinks- bzw. Linksbündnis, NFP, mit Werten von 25 bis 28,5%. Natürlich können wir damit nicht automatisch sagen, wie viele Vertreter damit in die zweite Runde kommen werden oder wer da womöglich in der ersten Runde sogar schon den Wahlkreis holen wird. Aber es sieht so aus, als würden die meisten Wahlkreise dann noch Vertreter haben vom Rassemblement National und von eben NFP, die sich dann in einer Stichwahl auf jeden Fall begegnen werden. Inwiefern da auch Vertreter von Ensemble dabei sein werden, müssen wir mal abwarten. Das Bündnis von Macron liegt hier bei den Umfrageergebnissen in Anführungszeichen nur bei 18 bis 20% und damit auch klar unterhalb des Ergebnisses von 2022 bei der ersten Wahlrunde. Und natürlich auch nicht zufrieden werden die Republikaner sein. Die haben in ihrem Bündnis 6,5 bis 9% und da ist die Stimmung sowieso momentan sehr angespannt, denn der Parteichef der Republikaner, ich glaube Eric Ciotti, heißt er, der hat ja diese Woche für Furore gesorgt, als er die Brandmauer zum Rassemblement National eigentlich einreißen wollte und Bereitschaftssignalisiert hat, womöglich in ein Bündnis einzugehen mit dem Rassemblement National. Und das wurde dann wiederum von weiten Teilen der Partei als Affront gehalten. Ciotti wurde abgesetzt, der ist dann gerichtlich dagegen vorgegangen, hat jetzt zunächst einmal recht bekommen, ist also weiterhin Parteivorsitzender, aber es rumort bei den Republikanern tatsächlich aktuell ziemlich. Und wenn man auf die Umfrageergebnisse blickt, dann ist nicht mehr so viel zu erwarten bei den Republikanern und UDC. Aber am Ende des Tages sind natürlich die Sitze entscheidend, also die Sitze, die man hält. Und da gibt es auch Hochrechnungen, immer so mit Wertebereichen. Und da sehen wir, dass am wahrscheinlichsten der Rassemblement National die meisten Abgeordneten haben mit in der Nationalversammlung. Allerdings ist dieses Linksbündnis hier, NFP, dadurch durchaus nah dran und dem Rassemblement National dicht auf den Fersen. Das heißt, was man in Frankreich jetzt erleben könnte, ist, dass man eine relativ starke Rechte haben wird und auch eine relativ starke Mitte-Links-Fraktion oder Abteilung haben wird in der Nationalversammlung. Und ja, die Liberalen von Ensemble, die scheinen momentan nur noch drittstärkste Kraft werden zu können und ja, deutlich entfernt zu sein von der absoluten Mehrheit. Das heißt, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass der kommende Regierungschef oder die kommende Regierungschefin eben nicht mehr aus dieser Gruppierung Ensemble stammen wird, sondern eben entweder vom Rassemblement National kommen wird, je nachdem wie stark der eben werden wird, oder hier von der Linksfront kommen könnte. Also demzufolge dürften wahrscheinlich der Präsident und der Ministerpräsident in Frankreich verschiedene Parteien angehören. Das gab es schon länger nicht mehr, aber es ist nicht so, dass es das noch nie gab in Frankreich. Also in Frankreich könnte es tatsächlich ziemlich spannend werden, halten wir das mal für den aktuellen Stand der Dinge fest. Und ja, der Rassemblement National hat beste Chancen auf Rang 1, Stimmen und sitzmäßig zu kommen und ja, dieses Mitte-Links-Bündnis und Links-Bündnis, das hat sehr gute Chancen auf Rang 2 zu kommen und kann dem Rassemblement National eventuell sogar Paroli bieten. Ja, warten wir es also mal ab, wie sich die Umfrageergebnisse entwickeln werden. Das war jetzt mein erster Einblick in den aktuellen Stand der Dinge. Das soll es zu diesem Video gewesen sein und so setze ich abschließend einen Punkt.